der Tod ist nur der Anfang Apropos Elfen was denn mit Elfen sie werden gleich niedergemacht von mir hier hinten schnell jetzt haben wir hier ein grünes Juwel und Terras Stab und Zauberfeuerball ok Tod erwecken dahin irgendwas ne schaut nicht so aus oh ich seh grad das sieht nicht ganz so gut aus 2000 was denn die Rune befehlt die Rune befehlt sofort ausgeführt sie sind überall so ja wenn ich hinter dem Türm bleib wird heute ungemütet die Rune das ist ein Weichensammler das ist ein Weichensammler was kann man auch nicht mehr hier sie sind überall wird sofort ausgeführt und verzüglich auf dem Weg auf dem Weg nach der Welle unten gehe ich los mach sie Platz und los und los und los sooo Angriff auf das Lager Verluste sind irrelevant folgt mir schnell sofort schnell der Tod ist nur der Anfang ein ehrloser Hinterhalt so ja da sagt er war wohl nicht mit dabei ok ja halt ja ja kämpft Männer wir werden angegriffen wow bei mir oben ist etwas für die Macht North bei mir oben ist auch wahr oh Gott ach was macht der da wieso wieso gehen die so weit von den wieso gehen die so weit von den wieso gehen die so weit von den Turmen weg ich frage mich immer wieder wieso die ganzen Helden so weit von den Turmen weg gehen die sie sind feindlich keine Rücksicht auf Verluste Attacke ein feiger Angriff die sie 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 helfen nicht sie ist mit uns kann rücksichtsaufverluste ist gut sie hier sie 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 Die Linien dürfen nicht brechen. Aura der Stärke mal anmachen. Dazu hat man sie sonst. Ein ehrloser Hinterhalt. So, Lager geräumt. Oh Gott. So. So. Ah ja. Weiteres Lager. Auf geht's. Folgt mir. Runenkrieger, zu mir. Der Tod ist nur der Anfang. Die Linien dürfen nicht brechen. Okay, die überrennen hier von zwei Seiten mein Lager, wenn's ihnen Spaß macht. Bin grad nicht da. Auch gut. Ich bin grad nicht da. Ich bin unbedingt zu hoch, zu hoch. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. Ich kann das dann nachher wieder in Ordnung bringen. Oh, ich weiß, wo das eine Lager von den Menschen geschützt wird. Ich bin jetzt mal wieder auf direktem Weg zurück. Ich glaube, ich muss jetzt unten weitermachen Bei mir Ich komme gerade die ganze Zeit von unten Ja, ich bin auch gerade Eher auf dem Weg nach unten Meine Verteidigung oben reicht Einigermaßen Meine Verteidigung oben Sieht zwar kritisch aus Aber das reicht eigentlich Dann geht bloß jetzt gerade da nicht Komm schon Was haben wir hier? Eine Äonen, alte Rüstung Lapislazulilo, rotes Jovelo Pal und Feuerschild Stufe 8 So, machen wir mal Halt Nein Wir sind Ne, halt Ich glaube, das Ich fieße momentan zu mir Hm Das Gute ist, es wird jetzt Nacht Das heißt, meine Armee Füllt sich wieder auf Spitzhammer Stahlstachenschild Ah ja Wir werden da jetzt alles wieder Gehen So Bin schon da Hier bin ich, Meister Der Brot ist nur der Annetrad Eure Gegenwehr ist vergebens Hier, folgt mir Schnell So Da ist noch ein Menschenlager Was dich glaube ich gerade Bisschen terrorisiert Oder das hier Ich hab's mal gepinkt Das kann sein, aber ich muss auch noch ein Elfenlager irgendwo und da werde ich auch gleich hingehen drauf Mit meinen 17 Leuten Nachdem die Welle weg ist 17 Uhr Es ist leichter oder mit Schirm zu kämpfen als Das ist klar Oh, endlich mal keine Boah, die haben die überrannt da an der Seite Kann ich euch nicht allein lassen Tötet sie alle Ja, irgendwo da muss noch ein Elfenlager sein, aber Ja, irgendwo da unten Mal gucken Ich müsste dich damit aber zumindest ein bisschen entlastet haben Opa, Lapislazuli, Zauber verwirren Okay Zone der Heilung Zerastab, Manachid Krieger Stahlhelm Da ist definitiv noch ein Menschenlager irgendwo Unten Ja, auf der rechten Seite Ich hab jetzt nur die linke Seite gecleared Links hat mich nichts genervt Die kommt immer von rechts und von rechts unten Der eine muss aber zu dir gekommen sein, der kam mir nicht entgegen Mehr als vier Felswerfer werde ich dort nicht hinbauen Ist gut Weg, weiter geht's Oh, ich weiß wo Da unten ist das Lager, das mich nervt Gut, ich gehe derweil in den Ich gehe derweil mal in den Norden Wollte jetzt nämlich grad ein bisschen in den Westen gehen Äh, näher in den Osten Also nach rechts Ja, den Westen hab ich ja schon leer geräumt Ach, da ist auch noch ein Menschenlager Oh, perfekt, die kommen genau auf mich zu Ein ehrloser Hinterhalt Ein feiger Angriff Gebt euren Befehl Lasst uns kämpfen Sehr schön Hier wird zurweil ne weitere Armee herangezüchtet So Wofür zu euren Scharfschützen Jetzt weiß ich wofür der Nebel gut ist Die können übrigens trotzdem noch bei vollem Schaden schießen, aber Es sieht zumindest gut aus Boah, du wirst jetzt gerade richtig attackiert Da oben, ja, ich weiß Allerdings wird das nicht Das wird allerdings nicht mehr Ich hab das Portal zur Rückkehr gefunden Ah, das dort ganz im Süden Da ist es Sehr schön Oh, aber das Lager ist auch schwer Ja, das ist echt Ich probiere den, ähm, Tom gleich wegzukriegen Ah, Tage, keine Rücksicht auf Verluste Gott, ist das Sofort Schnell Sehr schön Ein ehrloser Hinterhalt Ernsthaft? Wow Durch die Skelette ist meine Reservearmee inzwischen größer als meine Hauptarmee Lustigerweise Das war jetzt einfacher als gedacht Trolle sind hartnäckig Ja, Trolle sind so, hm, draufhauen, tot Das sind Trolle Und jetzt noch mit Stärke der Aura, das ist echt Du meinst Aura der Stärke Ich hab' gefunden Guter Helm Und Flammauge Und dann hier Du meinst Und dann hier